Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Hilden. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 61 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 890 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017